Hallo, hier spricht wieder euer Remora. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge meines XCOM 2 Playthroughs auf dem Schwierigkeitsgrad Legende Iron Man. Bevor wir in die Mission reinspringen, habe ich mir gedacht, jetzt verteile ich mir endlich die persönlichen Kampfsimulationen und Waffenverbesserungen. Sam bekommt plus 10 auf Ausweichen, Elaria bekommt die plus 12 auf Zielen und Ed bekommt diese fortschrittliche Kondition. Also zwei zusätzliche Hitpoints. Was man dann schon sehen kann, wir haben noch 5 mal Wille übrig. Natürlich brauchen wir es nur einmal, nämlich auf Melisandre, der geben wir es auch gleich, die beste von den 5 und eigentlich die anderen 4 können wir mehr oder minder verkaufen. So, jetzt verteilen wir aber auch noch Waffenverbesserungen. Da haben wir nämlich auch ein ganzes Stück in der Zwischenzeit eingesammelt. Hier ersetzen wir den Mehrlader durch ein überragendes Zielfernrohr. Also dann kriegt sie plus 15 Treffsicherheit, Elaria. Schauen wir mal weiter. Bei dem ersetzen wir den Schaft. Der ist ja eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig wichtig. Und dem geben wir hier den überragenden, oder mal den fortschrittlichen Stecher. So, Wyman ist eigentlich schon super ausgerüstet. Rob, der könnte, der könnte, Magazinerweiterung, haben wir nochmal eine Magazinerweiterung, Bonusaktion, dann eigentlich, dann geben wir einfach mal so ein Mehrlader. Aber nur, um das voll zu machen. Mersella, genau. Mersella ist auch noch wichtig. Der Mersella geben wir hier die plus 10 auf Treffsicherheit. Und eine fortschrittliche Magazinerweiterung. Melisandre ist nochmal egal. Doran. Doran bekommt... Der Mersella bekommt eine normale Magazinerweiterung. Und im zweiten Slot. Geben wir den vielleicht plus 5 Zielsicherheit. Der kann ich es gut brauchen eigentlich. Und Euron. Hmm. Euron geben wir vielleicht in Automatik-Lader. Varys ist egal. Arya ist egal. Ygritte braucht erstmal auch nichts Neues. Hier wäre vielleicht noch was angesagt. Genau, das wollte ich mal aufheben. Das machen wir für Brienne. Brienne kriegt die plus 15 Zielsicherheit. Und der Rest ist eigentlich egal. Jetzt schauen wir nur noch ganz kurz, was haben wir noch. Was könnte man theoretisch noch verteilen? Was ist noch gut? Aha, wir haben noch die zwei guten. Magazinerweiterung und Stecher. Magazinerweiterung könnte auch noch... Das hier zu benutzen, das wäre überflüssig. Da haben wir schon zweimal zusätzliches Nachladen. Vielleicht wäre es besser auf Mersella. Also er hat auch schon eine Erweiterung. Vielleicht auf Sam, was hat der? Sofort killt schon. Also nehmen wir den Merlader weg. Und der kriegt stattdessen die Magazingröße. Die Magazinerweiterung, genau. Und so gehen wir in die neue Mission. Operation, rachgieriger Gedanke. Wir können einen Haufen Zeug uns holen. Zwölf Gegner. Und die Gegner sind einigermaßen leicht. Außer der unbekannte Feind, den wir kriegen werden. Und das Andromedon. Also sehe ich jetzt keine zu schwierige Mission vor uns. Den bringen wir alles. Sam, Ed. Brienne, Wyman. Euron. Vielleicht können wir seinen Willen wieder erhöhen. Und Mersella. Dann geben wir mal die Rüstungen frei. Und geben Wyman seinen geliebten Spinnenanzug. Außerdem haben unsere Leute jetzt auch wirklich diese neue Rüstung an. Sehr schön. So, und jetzt noch bei den Ausrüstungsgegenständen ein bisschen was verändern. Hier gehen wir auf das Imitationsgerät. Das passt. Wyman kriegt die Blue Screen Geschosse. Bis dahinten bringt die auch gut. Müssen wir nur noch hier Änderungen vornehmen. Und hier packen wir die Säurebombe. Und hier packen wir eine EMP-Bomb rein. Und hier eine Gasbombe. Und als letzten Ausrüstungsgegenstände. Was geben wir eben da? Geben wir mal die Suchgeschosse. Schadet nie, zusätzliche Treffer, Treffsicherheit dabei zu haben. Gut, das passt. So können wir starten. Skyranger in Position für den Einsatz. Der Widerstand ist einer VIP auf der Spur, die mit den Aliens zusammenarbeitet. Nun ist es ihnen gelungen, das Ziel auf einen Quadranten in diesem Gebiet einzugrenzen. Wir gehen rein und nehmen uns die Zielperson vor. Schalten Sie die feindlichen Schutztruppen aus, um das Gebiet zu sichern. Nehmen Sie die Zielperson gefangen, wenn möglich. Falls nötig, mit Gewalt. Der Feuerbremme bringt uns in den geschützten Bereich von Novgorod. Operation Rachgierige Gedanke. Und wie immer bei so einer Dark Whip-Mission müssen wir versuchen, diesen Whip gefangen zu nehmen. Schaffen wir das nicht. Also töten wir ihn, dann kriegen wir nur die Vorräte und schaffen wir es, ihn gefangen zu nehmen. Dann kriegen wir noch zusätzlich die Informationen aus der Belohnung. Und wir müssen uns am Schluss natürlich an einem gewissen Punkt aus der Map evakuieren. Und wir müssen uns an einem gewissen Punkt aus der Map evakuieren. Da werden wir direkt in das Gebäude rein und dann durch das Gebäude durch müssen bis zum Ende. Vier Gruppen erwarten uns. Fangen wir mal mit dem Seller an. Aha. Jetzt sind wir schon auf die erste Truppe gestoßen. Sehr schön. Ja, je eher wir da was zu tun kriegen, umso lieber ist mir das. Jetzt ziehen wir mal gleich mal maximal. Schauen wir mal, ob das ein Problem ist. Ich glaube es nicht. Gut. Gut. Ramin bleibt natürlich hier oben, ist klar. So, der Rest vom Schützenfest zieht durch. So, nächste Runde geht's los. So, wir hoffen, dass sie nicht davonlaufen. Das ist okay, sie kommen in unsere Richtung, was super ist. Auch ein bisschen nach links, sodass sie uns nicht aufdecken. Und dann starten wir mit einer Granate. Oh, da hinten sehe ich gerade ein weiterer. Und die stellen sich vielleicht sogar zusammen? Leider nicht ganz. Aber das könnte trotzdem reichen. Da fangen wir, das probieren wir gleich mal. Fünf Leute auf einmal. Das wird ein Heidenspaß werden. So, da fangen wir an. Jetzt brauchen wir aber irgendwas, was auch wirklich so groß ist, dass es alle beide Truppen trifft. Und am besten, die hat dann anscheinend einen Doran dabei. Das ist hier die Gasbombe. Die hat eine verdammt große Reichweite. Und mit der treffen wir zumindest vier. Jetzt fünf. Und unseren eigenen Mann auch, sehe ich gerade. Gut, dass ich den nochmal geschaut habe. Den habt ihr nämlich links unten auch noch rot gesehen. Jetzt nimmer. Jetzt treffen wir alle fünf Gegner. Und niemanden sonst. Was jetzt wirklich ein klasse Start in die Mission ist. Das haut gleich mal rein. Einmal kritisch. Alles schön vergiftet. Außer das Andromedon. Ja, die Viper ist auch nicht vergiftet. Weil die da gegen Immun ist. Stimmt. Okay. Jetzt kann er da aber auch noch mit einer reinhauen. Der hat dann vielleicht mit der... Genau, da trifft er zumindest vier. Also sie haben sich wirklich wieder so hingestellt. Dass wir nochmal eine Granate reinhauen können. Wunderbar. So muss es sein. Jo, Viper down. Die anderen zwei Soldaten müssen aufgrund Säure und Feuer sterben. Das heißt, wir haben hinten noch das Andromedon und hier noch einen einzelnen Krieger. Da schauen wir erstmal, was Viper anzubieten hat. Die sind... Die interessieren uns nicht. Okay. Da hinten... Können wir es versuchen mit blitzschnellen Händen, den da hinten zu erwischen? Nein, schade. Der geht gar nicht. So wie es ausschaut. Okay, dann sparen wir uns blitzschnelle Hände auf. Dann gehen wir stattdessen... ...auf den da hinten und erlegen den. Sehr schön. So, jetzt wäre es natürlich noch cool, wenn wir das Andromedon noch erwischen. Okay. Unerbittlich, tot von oben, bla bla. Schade, dass wir uns da nicht hergrabbeln können. Naja, schießen können wir. Das tut uns nicht weh, kostet keine Mutation, nix. Aber wir genau wissen, was es dem auch mal sowieso umgerissen hätte. Und Lootfeld. Aber genau, genau in diesem Modder von Gas und Feuer. Schlecht. So, er kann sogar noch schießen, was super ist. Dadurch legt er noch kurz, ähm... ...Oder Targeting drauf. So, wer kann jetzt... Ich habe immerhin noch drei Leute mit Misele, ist aber klar, was wir vorhaben. Ähm... ...passt. Wunderbar. Jetzt muss ich nur noch den richtigen Schaden machen. Sieben bis neun. Wollen wir hoffen, dass neun ist. Leider acht. Schlecht. Wenn das so ist... ...dann fertigen wir den jetzt ab und schmeißen... ...mit Rob... ...das Imitationsgerät. So, so schmeißen... ...dass das Teil das auch sieht. Wie wär's denn, wenn wir das hier hinschmeißen... ...der das zusammenhaut... ...und das Auto explodiert. Schauen wir mal. Gewagter Plan, aber... ...versuche es werden. Gut, der geht down. Der hat die... ...die Wippern habe ich irgendwie mitgeschleppt. Jawohl, das Auto explodiert, aber es macht ihm nix aus. Ja, genau. Intimidating. Sehr schön. So muss es sein, immer die... ...die Gegner verspotten. Aber jetzt verspotten wir nicht. Anzug. Zwei Mal Blue Screen Rounds. Für den Kill. Wo ist er? Sam. Okay, er sieht von da nix. Wo ist er? Da muss er hier hergehen. Dann war's das. Dann haben wir die zwei Gruppen. Innerhalb von drei Routen schon down. Und es sind noch... ...sieben Gegner übrig. Also noch... ...wahrscheinlich zwei Gruppen. Gut, unherbittlich. Was wir schon mal machen können. Wollen wir jetzt wirklich noch nach vorne gehen? Oder ist es... ...ist mir jetzt eigentlich zu gefährlich? Hätte ich gesagt. Bleiben wir lieber stehen, wo wir sind. Ah, okay. Das ist natürlich cool. Weil sie immun ist gegen das ganze Zeug, kann sie das abgreifen. Ich hatte schon Angst, dass wir den Luke gar nicht aufnehmen können. Und... ...dreimal fortschrittlich ist es. Aber fortschrittlich ist es glaube ich nur das Tier 2. Okay. Mein Enthusiasmus war hier wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Ähm... ...dann mal weiter. Rein ins Haus. Oder rein Richtung Haus. Erstmal nichts entdeckt, dann verbergen wir ihn. Und gehen wir noch ein Stück... Äh genau, gehen wir noch ein Stück weiter. Ist gut. Wenn wir durch die Fenster gehen, sind wir gleich wieder aufgedeckt. Aber wir können hier durch die Tür durch. Hedden wir nicht. Und da sehen wir schon mal nichts. Sehr gut. Dann können wir den Rest... ...ebenfalls nachziehen. Wyman muss dringend nachziehen. Ruhigen. Ruhigen, ruhigen, ruhigen. Tempo. Okay, gut. So, weiter geht's. Sam scout uns noch mal ein bisschen... ...nach vorne. Nichts. Nichts sichtbar. Gehen wir schon mal zu der Tür. Ach, der Wip ist schon im nächsten Raum. Das ist ja... Gut. Das ist gut. Gut. Los geht's. Und Wyman zieht auch rein. Wir haben ein Overwatch mit allen, schauen wir mal was kommt. Ok, er hört was, da geht wohl irgendwas. Oh ja, da ist auch schon der neue Monstertyp. Ok, Keeper. Leider ist alles vorbei. Ja, Windstrollen hat getroffen. Oh, der hat drei Sektholz im Schlepptau. Im Vergleich zu anderen Spezies ist dieses Exemplar geradezu anmutig und hat sehr starke psionische Messwerte. So, jetzt muss ich mal schauen wo die stehen. Stehen die Stockwerk weiter oben oder wo stehen die? Irgendwie stehen die? Wo stehen die außerhalb? Ah, die stehen außerhalb oben. Aha, ok, das ist Stockwerk höher. Freunde, euch werden wir jetzt mal gleich sauber einheizen. Da oben. Äh, Säurebombe. Und da treffen wir alles. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da den Boden unter den Füßen wegziehen können. Ob die da durchfallen können, ich glaub's jetzt aber erstmal nicht. So, Add. Grenade. Sehr schön. Kritisch getroffen. Er hat auch noch Salve. Die Salve schießt er auf jeden Fall. Versucht er auf jeden Fall da rein zu hauen. Eigentlich haben sie sich super dankbar hingestellt. Und er hat auch noch einen neuen Schaden rein geholt. Tryman. Ich glaube, dass die so vergiftet sind, dass sie sowieso sterben würden. Aber, falls es nicht der Fall sein sollte, versuchen wir noch den einen mit schnellen Händen wegzumachen. Gut. Und den richtigen Schuss jagen wir natürlich hier rein. In den Gatekeeper. Wow. Darum geht er. Explodiert auch noch dabei. Reist in einen Sektor, glaub ich, noch mit. Und den anderen auch noch. Okay. Wow. Also, einfacher hättest du es uns jetzt nicht machen können. Vielen Dank. Haben wir jetzt aber verdammt viel Glück gehabt. Hm. Die Tür lassen wir jetzt mal in der Runde noch zu. Dann will jetzt mein Glück, nachdem es so gut laufen ist, nicht irgendwie herausfordern. Okay. Sechs Runden. Das schaut eigentlich auch ganz dankbar aus. Wir haben noch eine Gruppe und wir können davon ausgehen, dass wir auch ein Reinforcement kriegen. Das kriegt man eigentlich immer, sobald man den WIP niederschlägt. Da drüben ist der Evakuierungspunkt. Okay. Okay. Dann schauen wir jetzt mal in den Raum. Okay. Eine Gruppe ist nicht da, sondern nur der Dark Group. Müssen wir mal überlegen, wer den tragen wird. Manus 1 5. Zielidentität bestätigt. Vielleicht schauen wir auch erstmal nach links raus. Vielleicht auch nicht verkehrt. Wo kommen wir denn überhaupt raus aus dem Gebäude? Wo gibt es einen Ausgang? Wo gibt es eine Tür? Ach, direkt hier. Und dann nach links draußen. Gibt es vielleicht auch links eine Tür? Einmal viel lieber. Ja, gibt es nicht. Okay. Dann ziehen wir. Wenn er nichts sieht, alle Leute da vollständig rein. Da haben wir uns mal positioniert. Den schlagen wir noch nicht nieder. Nächste Runde geht die Tür auf, also wir machen die Tür auf und ich gehe davon aus, dass wir dann die nächste Gruppe sehen, deswegen möchte ich ihn jetzt nicht mal niederschlagen und erst mal die Down machen und dann ihn niederschlagen und auf die Reinforcements. Da können wir dann vielleicht auch wieder so eine schöne Trap aufbauen, irgendwas nicht. Okay, da sind sie auch schon vermutet hinter der Tür. Andromedon und Schildbehrer und... Stunlancer. So, haben wir noch irgendwas, was nach Granaten ausschaut. Ja, aber nur noch EMP-Bombs. Er, glaube ich, ist auch ausgeschossen, oder? Genau, aber ja, die, das, was wir auf jeden Fall in der Runde brauchen werden. Wo ist denn Sam? Sam, kommst du bis hierher? Jawohl. Dann versuchst du doch gleich mal hier an dem, an dem Typen, wenn du den legen kannst, mit 80% Wahrscheinlichkeit wegen Crit. Ja, super. Ja, und Down ist er. Weil dann werden die anderen zwei zumindest schon mal auf jeden Fall auf das... Oh, der ist Down. Er ist untouchable. Er ist unerbittlich. Den können wir nachher auch noch als Mimic Beacon quasi benutzen. Das ist gut. Das gefällt mir. So, dann haben wir hier Brienne. So, die versucht sich auch mal an sowas wie gerade Sam. Sie wird es nicht schaffen, den auszuschalten, aber kritisch reingegangen. Er hat nur noch drei Leben, sehr schön. Das heißt, Micella, Micella geht hierher und holt den mit Gefechtsprotokoll. Nicht den, den. Ob, sehr gut. Läuft. Und jetzt können wir tatsächlich noch ein paar Schüsse auf dem abgeben. Auf den hier. Ja, wenn wir treffen, ist gut. Wenn wir nicht treffen, ist auch nicht schlimm. Ehrlich gesagt. Nicht getroffen, also nicht gut. Kann der eigentlich irgendwo hochgrappeln. Oh. Nice. Irgendwie hier durch das Loch durch, anscheinend. Tatsächlich. Versucht auch, im Treffer zu landen. Ja, geschafft er. Obwohl das jetzt wirklich unspektakulär ist. Gut. Was wir auf jeden Fall machen, ist, Sam geht hierher und bietet sich ans Mimic Beacon an. Und Ed geht hierher und versucht, aufzuschießen. Und Ed wird dann ab nächster Runde den Lipp tragen. Und was wir absolut mögen, ist, dass du, bevor ich, ab übernächste Runde wieder den tragen. Jetzt schießen wir noch fleißig. Sehr schön, unglücklich, Arno. Jui, jui, jui. Läuft. Läuft. Und weiter drauf. Uh, down. Jetzt können Sam und Wyman den Anzug ausschalten. Es wäre jetzt schon fast Sam alleine gelungen. Und vielleicht macht es doch eine von den anderen, weil die schon näher zum vielleicht macht es doch Micella, weil die schon recht nahe zum Invergewährungspunkt steht. Dann haben wir die Möglichkeit, die auch den Gewinern da hinzuziehen. Und auch Rien kann schon mal in die Richtung marschieren. Wunderbar. Und damit haben wir es. Also das war jetzt... Halt, eins können wir noch probieren. Schauen wir mal, was es da noch gibt. Ob da irgendwas dabei ist. 100% war ja schon ein Heckversuch dabei. Vielleicht bringt es uns irgendwas, dass wir da gewinnen können. Der Soldat erhält Truppsicht. Okay. Nicht wirklich interessiert dran, weil wir bekommen nur noch einmal Reinforcements und da stellen wir uns schön hin und die empfangen wir ganz großartig. So, die Runde ist durch. Ach, man sieht es auch. Es ging so schnell. Dann holen wir uns den. Äh, du bist dran. Er war ja schön ins Gesicht. Und dann raus ins Freie mit dir. Sehr schön. Der hat mein Motto schon verinnerlicht. So, dann mach ich das. Gut. War alles gezogen? Ja. So. Wo kommen die Reinforcements da drüben? Manus 1-5, wir haben einen feindlichen Transporter geordnet, der auf dem Weg zu ihrer Position ist. So, wir können jetzt sogar schon abhauen. Oder wir stellen hier alle nochmal rein und da wir noch eine Runde haben, schauen mal, was unsere Overwatch-Schüsse noch bewirken können. Und vielleicht kriegen wir noch den einen oder anderen Experience-Point drauf. Aber sonst sind wir nächste Runde raus. Sind schon alle drin? Ja. Gut. Da kommen sie. Mal schauen, was so dabei ist. Ich sehe schon mal einen Neck, glaube ich, habe ich gesehen. Oder was? Ein Offizier? Hab ich vorher beruht. Okay, es ist ein Offizier gewesen. Ein Soldat. Und ich glaube, noch ein Soldat. Also wirklich eine extrem harmlose Gruppe auch. So, fünf Schüsse haben wir noch. Vielleicht mit Wächter sogar mehr. Aber ich glaube, wir haben es nicht geschafft, auch nur einen zu legen. Doch den Abschluss hat Brean noch den Offizier erwischt. Gut, das Gute ist, wir können sogar noch jetzt schießen. Die Schüsse haben wir noch frei und danach können wir evakuieren. Das probieren wir auf jeden Fall noch. Den haben wir schon mal nicht getroffen. Jeder Ball hat noch schnell sein Magazin leer. Der andere hat elf Leben, oder? Hat aber noch zwei Schüsse, wenn ich es richtig hab. Sollten sich die nicht ausgeschossen haben. Also Breanne ist leer, aber die hat kostenloses Nachladen. Passt. Kann ich deswegen nochmal versuchen. Oh, weit drüber. Aber richtig weit drüber. Gut, dann evakuieren wir. Der Einzige, der jetzt noch einen Schuss hat, das ist Wyman und der kann den und der der kann den nicht legen. Das ist nicht... Ah, okay. Das wäre theoretisch möglich. Mit blitzschnellen Händen und da muss er aber auch immer gut hoch treffen. Oh, kritisch sogar. Fünf. Ah, jetzt gibt es noch eine Chance. Wenn er mit der normalen Waffe trifft, dann ist er sogar down. Tatsächlich. 60% Chance. Leider vorbei. Gut. Hätten wir uns im Endeffekt sparen können. Und raus mit dem Team. Super Arbeit, Leute. Wir hatten nochmal wahnsinnig viel Glück in der Mission. Gerade der Gatekeeper und seine Kumpels haben sich so perfekt hingestellt. Dass wir noch nicht einmal alle sechs Leute brauchten, um da durchzukommen. Makellose Mission. Endlich mal wieder Hauptmation. Lange nicht mehr. Und wir sind raus. Und es geht Richtung Codexbehausung. Neuen Rekord haben wir aufgestellt. Durchschnittlicher Schaden pro Angriff 9,83. Schön, wir machen immer mehr Schaden. Man sieht, wie wichtig Sam und Ed sind. Und wenn wir sie mal nicht dabei haben, dann haben wir es glaube ich richtig schwierig. Wenn wir so weitermachen, haben die Aliens keine Chance, Commander. Absolut. Jane ist immer optimistisch. Sehr schön. Also marktlos, aber auch keine Aufstieg. Hendrik Wandermeyer angefangen und genommen. Vorräte und Informationen können wir immer brauchen. Sehr gut. Und Euron hat sich erholt. So, jetzt ist der Plan. Wir drehen so lange am Rad bis Elaria zur Verfügung steht. Also drei Tage lang. und dann greifen wir einen von den beiden Ah, jetzt bin ich da aus dem drauf gekommen. Greifen wir eine von den drei von den beiden Einrichtungen an. Genau, die drei Tage, das ist ja perfekt. Das ist genau diese Informationen, die wir noch fertig machen können. Unheilvolles Leuchten. Ja, sehr schön. Jetzt machen wir das noch fertig. 56 Info. Gut. Was haben wir noch? Hier haben wir irgendwo noch Legierungen und das war's dann aber auch. Ja, aber da warten wir gar nicht mehr drauf. Hier haben wir es auch schon angeschaut. Das erste, was ich angehen möchte, das ist hier unten das Kodexhirn. Die Gegner hören sich einigermaßen leicht an. Also nur schwerer Mag und Berserker und, das macht es sicherlich schwierig, einen Haufen Crystallids, auf die wir treffen werden und am Schluss kriegen wir auch noch so einen Endgegner. Also wir kriegen dann noch den 20. Gegner in der Mission. Diese Mission machen wir dann in der nächsten Folge. Diese Folge war sehr gut. Wir haben eine makellose Mission mal wieder hingelegt, hatten aber sehr viel Glück, wie die Gruppen sich immer hingestellt haben, sodass wir immer Granaten auf sehr viele Leute schmeißen konnten. Das war klasse. Sollte euch die Folge gefallen haben, dann lasst doch bitte ein Like da oder abonniert und wir sehen uns zur nächsten Folge und bis dahin Keep on Rockin!